Das heißt, wir spielen 5x 3er-Gruppen und 3x 4er-Gruppen. Ich lese jetzt einfach mal die ganzen Gruppen vor. Gruppe 1 Schüller, Fischer, Dederer und Wink. Gruppe 2 Anselsteller, Hofmann, Steinbrecher und Müller, Lukas. Gruppe 3 Stahlmann, Klein-Richard und Weniger. Gruppe 4 Hassfotter, Wohlfahrt und Sperr. Gruppe 5 Hess, Klein-Niklas und Blaufelder. Gruppe 6 Dengel, Seibold-Lukas, Sievert und Niemann. Gruppe 7 Müller-Klaus, Pomeranz, Kriegier und Dölder. Und Gruppe 8 Rauchmann, Sack und Müller-Friedmann. Ich glaube, wir suchen noch einige. Könnt ihr euch dann bei der Turnierleitung melden. Des Weiteren haben wir einen Schiedsrichter heute in der Halle, den Marc Rausch. Also wenn es irgendwelche Probleme gibt, könnt ihr euch an ihn wenden. Dann möchte ich nochmal nachfragen, wir haben jetzt Tony hier, der macht wie immer Videos. Ist das für alle in Ordnung oder gibt es da ein Problem, wenn er filmt? Wer nicht gefilmt werden möchte, sagt es bitte jetzt gleich. Oder schweige für immer. Also gut, einstimmig beschlossen. Essen und Getränke, wie immer oben. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt die Fahrer aufrufe, wünsche ich euch allen viel Erfolg und viel Spaß und viel Erfolg, wie ihr es sich selber wünscht. Vielen Dank.